Jede Anmeldung muss uns die erste Umzugsgruppe mitteilen, was für ein Motto sie haben und was für einen Wagen sie machen. Dann verlangen wir in der Regel Fotos und allenfalls Pläne für die, die ihn noch nicht gebaut haben. Als allerletzt wird jeder Wagen nochmals am Umzugstart kontrolliert. Wenn sie eintreffen, können wir jeden Wagen nochmals kontrollieren, ob das uns mit dem übereinstimmt, was sie uns eingehen haben.